Innerhalb von 20 Sekunden haben sie die Kabine von 1,60 Meter auf 60 Zentimeter Tiefe zusammengefahren. In der Historie sind wir seit 65 Jahren mit der Produktion unserem Kernprodukt der Sauna beschäftigt. Wir produzieren hier in Schwäbisch Hall am Standort auf gut 30.000 Quadratmeter Fläche. Wie man sagen kann, wie damals Erich Klafs die Elementsauna ins Leben gerufen hat, so kann man sagen, dass wir heute hier mit der S1 auch eine neue Innovationsstufe und eine neue Saunawelt geschaffen haben. Das Besondere an der S1 ist, dass sie einfach die Größe verändern können. Innerhalb von 20 Sekunden haben sie die Kabine von 1,60 Meter auf 60 Zentimeter Tiefe zusammengefahren. Und somit ist das Produkt multifunktional einsetzbar in verschiedenen Räumen und es kann trotz alledem alles, was eine wirklich gute Klafssauna können muss. Wir haben im Bereich der Wand sie Frame Stability Construction entwickelt. Es ist zwar von der Grundidee ein ähnlicher Aufbau wie in einer Sauna, aber natürlich um die Hälfte verringert in der Wandstärke und zum anderen die Maßtoleranzen, dass die Wände aneinander vorbeifahren und ich dann noch Dichtungen habe, die schließe. Das sind natürlich die enormen Herausforderungen. Wir müssen ja hier noch unzählige Designvarianten erzeugen, damit Kunden auch genau das, was in ihren Wohnraum passt. Hier ist der Anspruch noch deutlich höher, wie vielleicht in einem herkömmlichen Spa, weil es muss zu den bisherigen Möbeln passen. Dieser Bereich ist deutlich höher, als der anspruchsvoll ist. Wir haben uns ja auch sehr, sehr viele Jahre, also schon mit Beginn der Entwicklung des Produktes, mit dem Thema auseinandergesetzt. Wer kann eigentlich hier an der Stelle unser Partner sein? Das muss übergeben werden an einen Partner, der das Handwerkliche an der Sicht versteht und gleichzeitig aber in der Lage ist, in der Technologie deutlich über dem angesiedelten Handwerk nämlich zu liefern, was Maßtoleranzen angeht, Wiederholgenauigkeit, Sending und Digitalisierung auch. Das Thema, wie kann ich mich für die Zukunft aufstellen? Wie kann ich Maschinen vernetzen? Wie kann ich Barcodes integrieren? Wie kann ich das Produkt durchlaufen lassen an jeder Maschine erkennen? Welche Variante muss gefertigt werden, um in irgendeiner Weise effizient zu fertigen und gleichzeitig einen Partner zu gewinnen für mehrere Jahre, um uns und auch die Maschinen dementsprechend unserer Produkte entlang weiterzuentwickeln, um auch effizienter noch zu werden an der Stelle und auch qualitativ uns weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hat mit knapp 700 Mitarbeitern eine sehr gute Größe und ich finde, haben wir sehr viele Facetten, die wir bieten, die den Tag sehr anspruchsvoll, aber auch sehr unterschiedlich gestalten und das begeistern und motiviert. Klar, es ist bisher immer sehr innovativ gewesen. Wir werden versuchen, einfach dem Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden, was die Produkte angeht.